Das ist Marlene Boschansky. Sie ist 1954 geboren und arbeitet seit 10 Jahren im Atelier Freistil. Ich bin Marlene Boschansky. Ich bin Künstler. Ich gehe in Rente. Das möchte ich mit meinen drei Butzis feiern. Es gibt Apfelkuchen. Mit dieser virtuellen Ausstellung feiern wir einen Ausschnitt ihrer Werke der letzten 10 Jahre. Ich bin Marlene Boschansky. Ich bin Marlene Boschansky. Zunächst bemalte sie Holzstücke und setzte diese zu farbigen Assemblagen zusammen. Kleine Miniaturlandschaften. Mittlerweile verarbeitet sie gerne Acryl, Tinte, Ölkreide und Pappe. Es entstehen zwei- und dreidimensionale Werke. Marleen Boschanskis Markenzeichen sind ihre Butzis. Kleine Figuren, die sich wie ein roter Faden durch ihre Werke ziehen. Sie sagt, ich male gerne Menschen und Tiere. Große, kleine, dicke, dünne, traurige und frohe. So ist das Leben. Und auch wütende, galaktische, haarige und weniger haarige Figuren kann man in ihrem Werk entdecken. In einem von ihr gestalteten Buch setzte sie sich mit Geschehnissen ihres Lebens auseinander. Der blöde Taximann Als meine Mutter noch ein kleines Kind war Die heilige Nacht Abschied von Emma, Sira und Dunja Die drei sollen mich bitte nicht vergessen Ich bin froh, mein Bruder Uwe ist Opa geworden. Es ist ein Junge. Marleen sagt selbst Mit meinen Bildern will ich zeigen, dass die Welt bunt ist. Ob groß oder klein, spielt dabei für sie keine Rolle. Liebe Marleen, vielen Dank für die schöne gemeinsame Zeit und deine kreative Energie, die uns immer wieder begeistert und inspiriert hat. Alles Gute für die Zukunft. Wir werden dich vermissen. Ich bin froh, mein Bruder Uwe ist Opa geworden. Es ist ein Angescheiden, wir wollten komplett sagen. Ja? Ich würde gerne sagen. Ja. Ja? Ich würde gerne sein, unter dem Meer, in einem Oktopusse-Garten, in der Scheepe, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017